Wir sind auf der Jagd nach Platz 1 der Amazon Bücherverkaufsliste und wir arbeiten uns nach vorne. Top 200 aktuell, schlagt auf jeden Fall zu, Link dazu in der Videobeschreibung könnt ihr jetzt auf Amazon kaufen. Das neue Abenteuer von Elina Ebro und mir, Banks und die Rückkehr des Enderdrachen. Hey meine Rabauken, heute dekorieren wir meine echte Wohnung und dazu habe ich Fotos geschossen und habe hier Räume eingerichtet. Wir haben einmal mein Bart, das ist also ein richtiges Foto von heute, von meinem Bart. Das sind auch die richtigen Fliesen, wenn man mal genau hinguckt, sieht man glaube ich sogar ein bisschen Katzenstreu irgendwo umliegen. Irgendwo ist hier, hier ist Katzenstreu. Hier ist ein Haar. Ein Haar, wo ist ein Haar? Da ist wirklich ein Haar. So, das ist mein Bart. Dann haben wir hier auf der anderen Seite, haben wir mein Wohnzimmer, das aber falsch rum ist. Ne, es ist doch richtig rum, ich erkenne mein Ei, weil das so breit gezogen aussieht. Das sieht so aus, als ob hier Kilometer nichts wäre. Ja ey, also hier haben wir das Katzenlaufrad, Fernseher, Couch mit zwei Prototypen des Banks Haustiers. Äh, Haustier sag ich schon, der Kuscheltier. Da ist ein Katzenspielzeug. Übrigens, auf einem der Bilder versteckt sich Gemaylo. Also müssen wir mal genau gucken. Aber ein, zwei. Nein, es sind drei Katzen zu sehen auf den Bildern, da müssen wir mal gucken. Da hinten ist mein Büro, also in diesem Raum bin ich gerade. Wenn ich so mache, müsstet ihr vielleicht sogar diese Klimaanlage hier sehen. So, äh, dann haben wir hier, haben wir das, das ist, also das hier ist quasi das, aber umgedreht. Also quasi man schießt das Foto so und dann dreht man sich in die andere Richtung und schießt das Foto nochmal an. Das ist dann, da sieht man das hier. Das ist meine Küche, ne, da sieht man ja auch Olivenöl und so. Äh, Katzenkorb hinten auf dem Balkon mache ich die Wäsche trocken, hier sieht man Katzenkratzbaum. Hier ist der Napp, Alter, wo die immer sippen. Ähm, übrigens, ne, müsst ihr auch mal überlegen. Das ist die, also das sind auch Fotos, das ist das echte Parkett, ne, das ist die echte Wand. Aber ihr seht mal, wie komisch die aussieht, ne, alles mit Handy, alles mit Handy, das, so sieht's wirklich aus. Das hat mein Handy daraus gemacht, so sieht's wirklich aus, das hat mein Handy daraus gemacht. Verstehe ich auch wirklich nicht. Kratzer im Parkett suchen wir lieber nicht, Leute, beruhigt euch. So, dann haben wir, das war's, das waren die drei Räume. Wir werden diese Räume jetzt dekorieren. Wäre schön, nochmal eine echte Wohnung dekoriert, hat das Bälle gewonnen. Elina ist übrigens auch dabei. Hallo! Let's go. So, wir beginnen mit dem Bad. Ich sollte, äh, genug, äh, zusammengesucht haben. So, hier ist ja die Badewanne gemacht. Man sieht, man muss sich jetzt nicht, also wir halten uns jetzt nicht ans Original. Man kann bauen, wie man will. Oh, ich glaub, das ist schon groß, kann das sein? Also, das sieht schon, aber das wirkt nur so durch diese Riesenfliesen. Das ist so eine optische Täuschung. Weil eigentlich, weil eigentlich ist das Ding nicht groß. Guck mal, hier kann man schnell durchlaufen. So, dann, äh, machen wir hier ein Doppelwaschbecken mit einem auseinander. Und da können wir dann eine Quarzstufe hin platzieren, damit das Ganze auch ein bisschen stimmig aussieht. So, dann hier Zahnputzzeug, darf man natürlich nicht vergessen. So, hier seht ihr schon Katzenstation mit Katzenbrunnen. Äh, hier sieht man voll sauber so ein Katzenstreu. Da ist ein Katzenstreu. So, das heißt, wir machen hier eine Matte. So, für die Katzen können sie, können sie da pennen. So, dann haben wir hier noch so ein paar Lagersysteme. Und hier kommt noch die Toilette hin. Wenn wir sagen, so. Und Toilettenpapier. Und, ja, aber wahnsinnig, wahnsinnig. Jetzt braucht man natürlich auch hier so ein bisschen Privatsphäre, ne? Das sieht richtig verloren aus. Irgendwie richtig leer. Vielleicht machen wir eine Doppelbadewanne, Leute. Wir machen eine Doppelbadewanne, damit das hier ein bisschen, das hier ein bisschen voller wird. Wir müssen das besser machen, Leute. Das ist Quatsch. Das sieht nach nichts aus, Leute. Wir müssen das so machen. Kennt ihr das? Diese Luxusdinger? Hier so. Erwartet, falsch. So. Und jetzt hier. So. Die sind immer auf so einem Podest. Also, wenn ihr das mal gesehen habt. Äh, machen wir so einfach. Das sieht doch jetzt nach was aus, Alter. Das sieht nach Luxus aus. Da sehe ich mich. Das riecht nach Luxus. Ist auch ein bisschen, ein bisschen fett geworden. Aber muss auch so, Leute. Muss auch. Und jetzt machen wir die Toilette. Die machen wir auch auf dem Podest. Da gehört sie auch hin. Äh, so. Nicht verstecken hinter der Wand. Ein Thron. Sagt man doch so. Ein Thron. Das sieht doch gleich viel schicker aus hier, Leute. Das hat doch was. So. Bad ist damit schon mal abgehakt, Leute. Kommen wir zum nächsten Raum. Oh, dem Wohnzimmer. Wichtig. Stimmt. Ich habe ja auch noch Lichter installiert. Wartet mal. Eine goldene Lampe. Die brauchen wir nicht. Man braucht natürlich eine Lampe auch hier. Ah, wartet mal. Ein Spiegel. Wartet mal. Man braucht dann natürlich... Es gibt keinen Spiegel. Warte mal. Was ist das denn? In dem Raum gibt es denn keinen Spiegel? Weiß ich nicht. Das ist sehr schwierig. Hier sind so Lichter. Und hier muss ein Spiegel hin. Vielleicht geht ja das als Spiegel durch. Hm. Hm. Nee. Mau. Ja, nicht. Dann machen wir zumindest die Lampen dahin. Wenigstens was. So. Kommen wir zum nächsten Raum. Hier brauchen wir natürlich auch schön die Lampen oben, ne? Wie sich das gehört. So. So. Ich habe mir erstmal alles für die Küche zusammengesucht. Aber wir machen natürlich... Wir starten ja mit der Küche. Ne? Ist ja klar. Dann muss ich sagen, erstmal hier abwechselnd die Butzen. Die Baba Butzen. Und dann hier der Ofen. Und Spüle machen wir hier hin. Perfekt. Dann kommt an die Spüle der Hahn, ne? Ey, da ist mir erst das Ding, also die haben sich auseinandergeschoben. Also der Hahn ist ja, darunter ist ja meistens der Mülleimer, ne? Wenn du den aufmachst, da sind das ja mit so Plastikrohren, sind die einfach zusammengeschraubt und dann fließt das in den, in das... Das Abflussrohr ist ja in der Wand. Und du musst das Abflussrohr in der Wand mit dem Abfluss der Spüle verbinden. Das riecht ja klar, also... Du musst auch manchmal atmen, wenn du riecht es weg. Auf jeden Fall, diese beiden Dinger sind verbunden mit so billigen Plastik-Scheiß, die du jetzt so zuschraubst. Und das hat sich bei mir gelockert und dann habe ich meinen halben Mülleimer geflutet einmal. Und dann ist das unten schon so rausgelaufen. Ich dachte, ach, du heilige Scheiße. Dann habe ich dann nachgeguckt und habe ich das korrigiert. Bin Handwerkermeister. So. Hier machen wir die Messer hin. Wobei, über den Ofen? Nee, machen wir hier hin, genau. Dann Kühlschrank. Mäken wir hier so hin. Und dann haben wir aber eigentlich noch hier Kästen. Und einer dieser Kästen ist eine Microwave. So, ja, so sieht es aus. Wow, schick. So. Gut. Küche damit... Warte mal. Ja, ja, genau. Jetzt haben wir hier den Esstisch natürlich noch. Der Esstisch ist hier hinter dieser Wand. Wir müssen aber nicht realistisch spawnen, aber ich orientiere mich halt so ein bisschen daran. Das ist jetzt mein Esstisch. Und auf dem Esstisch, das sieht man hier so ein bisschen, sind so zwei richtig fette Ochsenpflanzen, Alter. Kann ich jetzt hier leider nicht so nach... Oh, doch, das haut von der Größe ja sogar schon relativ hin, muss ich ehrlich sagen. Weil die sind wirklich riesig. Als Stuhl haben wir... Was passt denn da am besten? Was kommt am ehesten hin? Man sieht hier, hat die auch im Bild so ein bisschen gesehen? Die haben schon eine gute Lehne. Ja, ich nehme einfach die. Das passt zwar jetzt zwar nicht so. Meine sind da viel geiler, ey. Aber wir nehmen jetzt mal... Immer wenn man sich auch unterhalten will, muss man die Pflanzen hin und herschieben, damit man sich sieht, weil die zu groß sind. Küche damit fertig. Kommen wir zum... Sag bitte, es gibt einen... Es gibt einen Katzenbaum. Finde ich meinen aber schöner, ey. Guck dich mal mal einen schönen Katzenbaum an. Übrigens, habt ihr es gesehen? Da ist eine Katze. Nehme ich da. Oh, wartet. Da ist Jemelo nämlich. Da ist er. Hat seine Augen zu. Es ist am... Ich weiß nicht, ob da ein Pen war. Da ist ein Spielball vor ihm. So, ich zeige euch auch mal die anderen Katzen. Die hatten wir nämlich auch schon. Die waren nämlich... Da. Da sind nämlich beide zu sehen. Muggi und Jemelo. Haben wir die drei Katzen auch aufgelöst. Vielleicht haben wir eine... Na, ne. Couch kommt ja dann beim dritten Bild. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir jetzt nicht hier da was bauen. Was es jetzt hier gibt. Vielleicht so ein Vorhang. Dunkelblau. Das sieht ja gut aus. Hier. Das ist irgendwie hier so. Okay, warte. Ich muss jetzt rauskriegen, wie die funktionieren. Ah. Jetzt kann ich das runter machen, oder was? Ne. Kann ich so machen jetzt? Ah. Das ist Future. Vielleicht im Vorhang, dass ich mal Ben es da... Okay, warte. Warte, warte. Wir sind weiter verlängert. So. So. Passt sogar von der Farbe her. Jetzt haben wir hier einen Vorhang. Gut, gut, gut. Das sieht... Achso. Was denn? Naja, sieht jetzt nicht so aus, die Wirklichkeit. Aber passt schon, passt schon, passt schon. Ey, ich habe einen Spiegel. Oha, Ben. Oh, das geht sogar. Na, okay. So mehr schlecht als recht. Und dann werden die vielleicht von so unten angestrahlt. Was haltet ihr davon so? Machen... Ist das nicht so? Ach, geht nicht. Okay. Dann machen wir hier eine Dop... Na? Machen wir hier Triple Lampe. So. Eine Abzugshaube, natürlich. Die darf ja auch nicht fehlen. Ganz klar. Aber das ist gar kein Ofen-Herdkombination. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich habe ja oben natürlich auch Herdplatten. Da ist es klüger, wenn wir den hier nehmen. So. Macht auf jeden Fall mehr Sinn. Hier kann es sein, dass der Licht macht. Junge, der macht Überlicht. Guckt mal. Bumm. 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 Krank. Ich mache mir da jetzt hier ein Bett ran. Weil Schlafzimmer kommt hier nicht vor und wir müssen hier irgendwo schlafen. So. Da. Schickes Bett. Fertig ist das Wohnzimmer Teil 1. Kommen wir zum Wohnzimmer-Büro Teil 2. Ich würde sagen, gehen wir wirklich mal auf Büro. Machen wir hier so einen Schreibtisch. Da. Na, eigentlich. Na, warte mal. Eigentlich habe ich wirklich nur so. Na, der ist halt zum Hochfahren meiner. Hier kann ich euch auch zeigen. Also, so sieht das ungefähr aus, wenn ich den Hochhunder fahre. Na, der kommt eigentlich am ehesten hin. Hier ist der Büro. Wir brauchen einen dicken Gaming Computer. Hier so ein, Alter. Der ist ja dick am Arbeiten. Wir brauchen einen Moni. Hä? Monitor? Gaming. Das kommt da. Braucht nix. Warte mal. Technologie. Wir hatten doch hier so einen Technologie-Tab. Hier. Technologie. Ein Laptop. Ah, hier ist doch ein Monitor. Klar. Hier zack und zack. Zack und hier ein Zweitmonitor. Pass nicht drauf, scheiße. Dann haben wir nur einen. Boah, eine Kamera. Darf natürlich auch nicht fehlen. Für die Facecam. Ganz klare Nummer. Und jetzt haben wir einen dicken Gaming Stuhl oder so ein Styler Stuhl. Auch nicht schlecht. Wartet. Wow, der sieht schick aus. Ja, cool. Greenscreen. Gibt es das? Nee, leider nicht. Hast du auch schon geguckt? Mhm. Lampen brauchen wir natürlich. Eins, zwei. Eins, zwei. So, was brauchen wir? Hier ist das der Gaming. Das Gaming-Zimmer. Ich lasse eine Tür reinmachen. Macht das mit dem Hintergrund eigentlich gar keinen Sinn mehr. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach ein Sideboard. Und da drauf schön dunkel. Das hier passt. Und da drauf ballern wir den fettsten TV, den die haben. Modern TV. Zu klein. Wir brauchen größeren. Größer. Den größten, den wir haben. Medium. Small. Large. Oh, ja. Okay, weiß ich nicht. Passt jetzt nicht so ganz. Aber... Warte mal. So müsste es passen jetzt eigentlich, oder? Ich kann den nicht in die Mitte platzieren, ey. Das ist doch scheiße aus. Aber wenn ich den jetzt hier eins verschiebe... Ja, nee, geht nicht. Na, guckt mal. Aber ich könnte es so machen. Hahaha. Nee, weil Leute, nee, war egal. Couch. Die ist bei mir so in einem dunklen Blau. Also hier. Das heißt, wir machen hier. Buff, buff. Buff, buff, buff. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Weil die geht ja hier weiter eigentlich. So. Hm. Hm. Das steckt als recht, würde ich immer sagen. Ein Katzenlaufrad werden wir wohl kaum finden. Das, denke ich, müssen wir auch gar nicht probieren. Boah, ich habe aber hier noch voll viel Platz, Alter. Was soll man da bauen? Ich habe noch was für die Küche gefunden. Hier, das ist auch geil. Mixer. Hä. So. Jetzt haben wir hier einen Kleiderschrank. Der fehlt natürlich. Aber wenn das gar kein Kleiderschrank ist, fällt mir gerade so auf. Haben wir nicht einen Kleiderschrank? So ein Kle... Ah, ja, 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 ja. Das sieht doch schon besser aus. Schick, schick. Da ist meistens so ein Hocker. So ein Barhocker. Ja, aber nicht so... Ja, hier ist so einer. So einer ist gut. Hm. Hier so. Da kann man sich dran setzen. Kann man sich schminken, wenn man möchte. Hier ist ein Kleiderschrank. Dann haben wir, auch wenn ich in Wirklichkeit nicht mehr einen Kleiderschrank habe aktuell. Poster. Zack. Wann, das schwebt in der Luft. Das ist Quatsch. Hier so eine Flowerbox. Och, sag jetzt nicht. Ach so, die ist für die Wand. Boah, ey, nee. Die ist aber auch hässlich. Wir brauchen was für... Ach, du heilige Scheiße. Warum nicht? Let's go. Ein Teppich, natürlich. Hier fehlt auf jeden Fall ein dicker Teppich. Da würde ich natürlich einen Beerschen nehmen. Aber hier gibt's... Naja, Beerschen nehmen wir. Das ist am ehesten Beerschen, würde ich sagen. Oder das hier. Mal gucken, was besser aussieht. Kann das hier nicht platzieren. Da ist was im Weg. Öh. Okay, da müssen wir anders arbeiten. Da müssen wir damit arbeiten. Und dann nehmen wir als Beerschen... Das hier, maybe. Okay, passt da jetzt natürlich nicht so krass rein, ne? Ne, das mit dem Teppich, lass mal, das sieht komplett kack aus. Ich kann das da nicht platzieren und das ist dann alles Quatsch. Boah. Das wäre auch geil, sowas zu haben. Hier. Wartet. Ich brauche ein gutes... Ah, hier. Hier, 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 hier. Da. Ne, das ist so doof am Rand. Wartet mal. Hier am Rücken. Das ist auch gut. Bam. Ein cooler Automaten-Eigener. Sehr geil. Ja, ich bin fertig mit der Deko. Brauch ich nicht sagen... Ich bin auch fertig, ich bin auch fertig. Oh mein Gott, du hast absolut rasiert. Ich gucke mir gerade dein Bad an. Was? Nein, ich dachte, das ist eigentlich bei dir. Guck dir mal dein Wohnzimmer, Esszimmer an. Das sieht überkass aus hier. Ja, ja, mein Wohnzimmer sieht geil aus. Da bin ich auch Fan von. Aber mein Bad ist nicht so geil geworden. Och. Also ist okay. Steck die Mühe drin. Okay, ich bewerte mal. Also, dein Bad kriegt eine Eins. Ja. Mein Wohnzimmer kriegt auch eine Eins. Ja. So, dann dein... Also, ich nenne das jetzt hier mal Arbeitszimmer, wo es eigentlich auch Büros... Ist auch nicht schlecht, aber ist schon schlechter. Aber ist halt ein großer Raum auch, ey. Du hast schon viele... Alter, Mono... Das ist schon krass hier. Ja, ich habe dir Monopoly hier reingebaut. Kriegt eine Zwei, kriegt eine Zwei. Okay, das ist, glaube ich, eher Dame, aber egal. Kriegt eine Zwei. Mein Arbeitszimmer, uff, kriegt eine Drei. Das ist nicht so viel... Das ist nicht so schön geworden, muss ich ehrlich sagen. Hier, guck mal mit diesem Space in der Mitte. Warte, wir bauen da eine Nintendo Switch. Weil der zu groß ist. Hier, zack, Nintendo Switch. Warte, 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 warte. Switch kommt hier hin, da kommt... Scheiße, ich hab's das nicht gewischt. Zack, so, da. Probier den Boden. Was haben wir jetzt noch nicht beworben? Ah, hier, das haben wir noch nicht beworben. Dein Wohnzimmer. Das ist mein schlechtestes. Ja, da ist ja auch einfach ein Brunnen drin. Ja, einen Katzenbrunnen, dachte ich mir. Ah! Da kann ich richtig nices Wasser trinken. Ja, stimmt, stimmt. Aber guck mal hier, ich hab die hier Hot Dogs hingestellt. Ist nice, aber gibt trotzdem nur eine Drei. Aber Aquarium ist schon geil so. Aber gibt nicht so den Flair irgendwie. Nee, irgendwie nicht. Gib eine Drei, gib eine Drei. Mein Bad, Vier, würde ich sagen. War das seltsam. Guck mal, ich hab sogar an die Katzenmatte hier gedacht. Aber leider gibt es keinen Katzenklon, der Motto. Jetzt haben wir, glaube ich, alles beworben, ne? Ja. Was jetzt der... Wer ist der... Ach, beworben? Bewerben müssen wir nämlich doch. Wir einigen uns auf ein Unentschieden. Apropos Unentschieden. Ich möchte auf keinen Fall Unentschieden mit einem anderen Buch haben. Also wäre es wichtig, dass ihr Banks und die Rückkehr des Enderdrachen euch erwerbt. Link dazu in der Videobeschreibung zu Amazon. Das neue Buch mit der Geschichte, mit dem Abenteuer von Elina, Ebro und mir. So rum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ja. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzorn. Ciao. Ciao.